Hallo zusammen, Brandon Tarrant, der Massenmörder und Attentäter von Christchurch Neuseeland, hat vor seiner Tat ein 74-seitiges Manifest geschrieben, warum er diese Tat ausgeführt hat. Er hat ausführlich seine Person beschrieben und seine Gründe. Diese Gründe sind erschreckend. Nicht nur erschreckend in Bezug auf die Person dieses Terroristen, sondern auch erschreckend in Bezug auf Debatten, die bei uns seit mehreren Jahren salonfähig geworden sind. Eins vorab, ich habe mir vor diesem Video überlegt, ob ich überhaupt über dieses Manifest schreiben soll. Es gibt Terrorismusexperten und Psychologen, die sagen, lest das Manifest von solchen Attentätern nicht, sprecht nicht darüber, denn sonst würdet ihr genauso wie bei Selbstmördern möglicherweise den Effekt erzeugen, andere auch dazu zu bringen, solch eine Tat zu begehen, um ebenfalls eine Aufmerksamkeit zu erhaschen. Trotzdem werde ich das in diesem Fall tun. Der Vorteil für uns in der Erkenntnisgewinnung liegt, glaube ich, größer als das Risiko, Aufmerksamkeit falschen Leuten oder Gewalttätern zukommen zu lassen. Ich habe also dieses 74-seitige Manifest gelesen. Es ist im ersten Teil ein Selbstinterview. Er stellt Fragen. Wer bist du? Warum hast du diese Attacken ausgeführt? Was denkst du über Ökologie? Bist du ein Rassist? Und so weiter. Und er beantwortet sie dann. Kurz gesagt handelt es sich einfach um eine Sammlung seiner sämtlichen Weltsichten. Was uns aber interessiert, sind die Gründe für seinen Anschlag. Und das lesen wir gleich am Anfang seines Manifestes. Ich werde euch einiges von mir ins Deutsche übersetzt jetzt vorlesen. Frage. Warum hast du den Anschlag ausgeführt? Seine Antwort. Zuallererst, um den Invasoren zu zeigen, dass unser Land niemals ihr Land sein wird und dass, solange noch ein weißer Mann lebt, sie niemals unser Land erobern werden und niemals unser Volk austauschen werden. Um Rache zu nehmen an den Invasoren für die hunderttausenden Toten, verursacht durch fremde Invasoren in europäisches Gebiet in der Geschichte. Um Rache zu nehmen für Millionen versklavte Europäer, die von islamischen Sklavenhaltern aus ihrer Heimat verschleppt wurden. Um Rache zu nehmen für die tausenden europäischen Leben, die durch Terroranschläge verloren wurden. Ja, und so geht es immer weiter. Seine beiden Hauptmotive, die er nennt, sind erstens, ich möchte ein Zeichen setzen gegen den großen Austausch. Ich möchte klar sagen, hier kommt ihr nicht rein, ihr könnt uns nicht austauschen, wir werden uns verteidigen. Und wenn er sagt wir, dann meint er den weißen Menschen. Ja, er sieht den weißen Menschen als eine gefährdete Spezies, wie es Rassisten nun mal tun, als Leute, die ausgetauscht werden, die vernichtet werden sollen durch irgendeinen Multikulturalismus. Und dieser Australier möchte also den Invasoren, er meint vor allem den Muslimen, klar sagen, nein, auf unser europäisches Land kommt ihr nicht, wir werden uns verteidigen. Und sein zweites Hauptmotiv, das er immer wieder nennt, ist Rache. Rache für verschleppte Europäer durch islamische Sklavenhändler, Rache für Terroranschläge, Rache für all das Leid, das den Europäern in der Geschichte, vor allem durch Muslime und andere fremde Invasoren, zuteil wurde. Später in seinem Manifest richtet er sich an einzelne Gruppen, auch an Türken und dass Türken schnell das europäische Land verlassen und in ihr eigenes Land zurückwandern sollen, denn sonst würden wir sie finden und wir werden sie töten und die Kakerlaken aus unserem Land entfernen. Das war jetzt ein Zitat aus seinem Manifest. Und die Hagia Sophia wird ihrer Minarette beraubt werden und Istanbul wird wieder zu Konstantinopel werden und so weiter und so fort. Es geht immer so weiter in diesen 74 Seiten. Aber das absolute Zentrum, warum er seine Anschläge moralisch rechtfertigt, ist der große Bevölkerungsaustausch. Also die Angst, dass der weiße Mann verschwindet und ersetzt wird durch Muslime, durch Flüchtlinge, durch Ausländer. Das ist das ganze Zentrum, worum sich alles dreht. Und an dieser Stelle hat dieses Manifest leider, leider, meines Erachtens ein gewisses Identifikationspotenzial mit nicht kleinen Gruppen in Deutschland. Mit vielleicht Millionen Menschen, die auch solchen Gedanken anheim gefallen sind. Vom großen Plan, vom großen Bevölkerungsaustausch. Und, dass wir uns dagegen verteidigen müssen. Und wie reagieren hier in YouTube die großen Verfechter der Bevölkerungsaustauschtheorie? Nehmen wir zum Beispiel Hagen Grell. Hagen Grell spricht immer und immer wieder über den großen Plan des Bevölkerungsaustauschs. Er hat sogar gesagt, unsere eigene Generation muss endlich das Heft in die Hand nehmen. Den 68ern die Macht entreißen, die viel zu schwach sind, die sich nicht verteidigen gegen die Türken, die Türken wollen Deutschland nehmen, Deutschland ist schwach, deswegen ist es leicht von den 68ern unser Land zu nehmen, wir müssen uns endlich verteidigen. Das ist eins zu eins genau dasselbe, was der Terrorist auch geschrieben hat. Er hat auch geschrieben, die westliche Bevölkerung ist zu schwach, sie hat nicht mehr Saft und Kraft und sie muss durch neue Kraft wieder ermuntert werden, ihre eigenen Werte zu folgen und diese fremden Invasoren rauszuschmeißen. Das ist eins zu eins die Ideologie, die Hagen Grell verbreitet hat, ich habe dazu schon ein Video gemacht. Wie antwortet Hagen Grell auf die Anschläge in Neuseeland? Er sagt, ich distanziere mich davon, selbstverständlich. Aber, und so lautet sogar sein Titel, aber. Und dann geht es in seinem Video die ganze Zeit darum, dass dieses Attentat völlig egal ist. Wörtlich sagt er, dieses Attentat sollte uns komplett egal sein. Es hat nichts mit uns zu tun. Der Attentat hat nichts mit uns zu tun. Die Opfer haben nichts mit uns zu tun. Es ist uns völlig egal. Es sollte nichts mit uns zu tun haben. Und dann schimpft er die ganze Zeit darüber, dass das gegen diese Ideologie des Bevölkerungsaustauschs missbraucht werde. Herr Grell, nichts mit uns zu tun? Ist das ihr Ernst? Diese Ideologie, die der Mann vertreten hat, der 50 Menschen erschossen hat und 50 weitere verletzt hat, ist eins zu eins ihre Ideologie. Eins zu eins die, die sie verbreiten. Sie haben gesagt, die 68er sind schwach. Die Türken wollen uns unser Land nehmen. Wir müssen uns verteidigen. Genau das hat der Mann doch jetzt getan. Er hat sich verteidigt. Und dann gibt es in YouTube natürlich auch noch die weniger plump auftretenden Rassisten wie Martin Sellner, der intellektuell verkleidet auftritt, auch ein Video gemacht hat über den Anschlag. Letztlich zu dem gleichen Schluss kommt. Der Anschlag hat nichts mit uns zu tun. Nichts mit unserer identitären Bewegung. Obwohl weite Teile seiner Ideologie wirklich übereinstimmen mit dem, was die Identitären verbreiten. Und deswegen ist das alles nur eine große schreckliche Verschwörung, die gegen uns Rechte läuft. Er sagt wörtlich, Martin Sellner sagt wörtlich, dass es genauso schlimm ist, dieses Attentat gegen die Ideologie der Rechten, der neuen Rechten zu missbrauchen, wie das Attentat selbst. Sowohl Grell als auch Sellner fehlt es an jeglicher Intro-Perspektive. An jeglichem Schritt zurück. An Selbstreflexion. Mal nachzudenken. Ist das richtig, was wir hier verbreiten? Ist dieser Hass, den wir verbreiten, korrekt? Ist das etwas Gutes, gegen die Schwachen in der Gesellschaft zu hetzen? Ich sage natürlich nicht, dass Hagen Grell und Martin Sellner und andere Konsorten in YouTube für dieses Attentat speziell eine Schuld tragen. Aber auch in Deutschland halte ich so etwas für möglich. Wir sollten dabei aber nicht vergessen, trotz dieser YouTube-Rassisten, die größte Schuld tragen immer noch unsere großen Massenmedien. Die Massenmedien fragen jetzt, wie konnte so etwas passieren, wie konnte so ein Hass gegen den Islam und die Muslime entstehen? Es sind genau die gleichen Massenmedien, die seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder die Angst vor dem Islam und die Angst vor den Muslimen schüren, auch schon vor 2015. Wir haben jetzt in Christchurch gesehen, wozu das führen kann. Und wir sollten uns alle fragen, ob unsere Ängste vor Migranten und unsere Ideen unserer eigenen Bevölkerung und unserer Ethnie, ob diese Ideen in dieser Weise, wie wir es bisher tun, ausgetragen und vorgetragen werden sollten? Oder ob wir nicht einen anderen Weg gehen sollten, anstatt immer wieder gegen die Schwachen in der Gesellschaft zu hetzen, um nicht solche wahnsinnigen Zutaten zu verleiten, die keiner von uns möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Kommentare zu diesem Video bespreche ich wieder im nächsten Video. In meinem letzten Video habe ich einen selbstgeschriebenen Text vorgelesen über das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein und den Sinn des Lebens. Ich glaube, dieses Format ist für diesen Kanal vielleicht weniger geeignet. Euer Engagement war begrenzt. Trotzdem hattet ihr einige Kommentare, die ich jetzt beantworten möchte. Es geht los mit Viktoria Frey. Sie schreibt, das Video gefällt mir. Es reicht jedoch nicht, sich irgendwie zu fühlen. Man muss auch ehrlich zu sich sein. Wer bin ich wirklich? Auf diesem Weg kommt man zur Religion. Ich gebe dir recht, Religion und wie man den Sinn des Lebens bei sich persönlich findet und die Wahrheit erkennt, war nicht mein Thema. Mein Thema war wirklich diese Intro-Perspektive und die Wahrheit des Selbstbewusstseins. Das ist aber nicht einfach nur fühlen, sondern das ist wirklich eine essentielle oder die essentielle Wahrheit. Weiter geht's mit Sommer 10000101. Schreibt, Bewusstsein, Selbsterkenntnis besitzen auch intelligente Tiere wie Delfine, Affen, Kraken oder Raben. Vielleicht glauben einige auch an einen Gott. Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Ja, ich glaube auch, dass Tiere ein Bewusstsein haben. Und ob Tiere nun an Gott glauben oder nicht, ist nicht mein Punkt in dem Video gewesen. Und dass Tiere ein Bewusstsein haben, kann ebenso auf Gott deuten, ist jetzt auch keine Widerlegung von Gott. Ich bin nicht ganz sicher, was du damit meintest. Zum Schluss schreibst du, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Also der Sinn von etwas ist immer außerhalb von diesem Etwas zu suchen. Sonst ist es ja kein Sinn. Also ein Ziel, wohin man geht. Etwas, was man haben möchte, was man verändern möchte. Wenn du sagst, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst, dann sagst du einfach, das Leben hat keinen Sinn. Und dritter und letzter Kommentar von The Real Cancer. Der Weg von der Existenz des Ichs zu Gott ist kurz. Ich stimme deinen Text so gut wie vollständig zu, aber an dieser Stelle sind durchaus viele andere Erklärungen dafür denkbar, welche Ursache das eigene Sein hat als Gott. Und wenn es für eine Frage verschiedene Antwortmöglichkeiten gibt, von denen alle mehr oder weniger unwahrscheinlich, keine jedoch bewiesen ist, wie sollte man gewissenhaft eine für wahr halten können? Für mich ist ein bloßer Hinweis auf den kosmologischen Gottesbeweis, den ich hier zumindest zu erkennen glaube, nicht genug, mich zu überzeugen. Da müssen schon mehr Beweise her als die Behauptung, es liege ja auf der Hand. Vielen Dank für deinen Kommentar. Ich finde, die Kritik ist berechtigt. Das war ein sehr kurzer Satz in dem Text. Ich habe in dem Text geschrieben, mein Bewusstsein beweist meine Existenz. Und meine Existenz ist nicht notwendig, muss also ihr Sein von irgendwo beziehen. Und das ist dann Gott. Das habe ich als kurzen Weg von der Ich-Erkenntnis zur Gotteserkenntnis beschrieben, den du hier kritisierst. Und da gebe ich dir recht, weil das war nicht mein Thema, deswegen bin ich nicht ausführlich darauf eingegangen. Was ich angedeutet habe, war allerdings streng genommen kein kosmologischer Gottesbeweis, sondern ein Gottesbeweis eines mittelalterlichen Philosophen Avicenna aus dem Orient. Und der hat unterschieden, alle Dinge sind entweder notwendig existent, das heißt, ihre Existenz ist logisch notwendig, alles andere würde zu einem Widerspruch führen. Oder sie sind nur möglicherweise existent. Beispielsweise wir oder ein Stuhl oder diese Kamera hier sind alle nur möglicherweise existent, aber nicht notwendig existent. Und dann sagt er, die Menge von allem, was möglich existent ist, muss eine notwendige Existenz haben. Und das beweist, dass es eine notwendige Existenz gibt und das ist alles, was er beweisen möchte. Der Beweis ist in seiner Formulierung ausführlicher, aber er ist ziemlich stichhaltig und es ist offensichtlich, dass die Existenz selbst, also das Sein, was allem Sein, Sein, Sein verleiht, dass sie logisch notwendig ist. Das beweist jetzt nicht, dass es der Gott der Religionen ist, der abrahamitische Gott oder ein Gott anderer Religion, sondern es ist eine deistische Vorstellung Gottes, die aber evident ist. Das heißt, ein starker Atheismus, der diese Art von Gott auch leugnet, ist auf jeden Fall evident falsch, meiner Meinung nach. Aber trotzdem hast du recht, dass die Religionen natürlich noch sehr viele andere Attribute Gott zuordnen und die gehen jetzt aus dieser Überlegung und diesem Beweis nicht hervor. Nebenbei bemerkt, dass das Sein selbst tatsächlich notwendig ist, unabhängig von den Geschöpfen, die alle Seinde sind, ist tatsächlich, wenn man es sich überlegt, offensichtlich aber ein Thema vielleicht für ein eigenes Video.